Vielen Dank. Die Pizza gefällt mir. Die Pizza schmeckt mir. Sie ist mehr Schnell als Eva. Sie ist Schnell als Eva. Tim möchte Medizin studieren. Mein Vater ist ein Ingenieur. Mein Vater ist Ingenieur. Wir grillen, wenn das Wetter gut ist. Wir grillen, wenn das Wetter gut ist. Julia hat seine Tasche verloren. Julia hat ihre Tasche verloren. Du spielst jetzt. Spielst du jetzt? Ich bin gut. Mir geht's gut. Der Film dauert drei Uhr. Der Film dauert drei Stunden. Das ist eine Mädchen. Ihr Name ist Julia. Das ist ein Mädchen. Sein Name ist Julia. Frau Julia. Frau Müller. Tina ist meine Freundin. Tina ist eine Freundin von mir. Ist das dein Haus? Ist das deine Wohnung? heute bin ich frei. Heute habe ich frei. Max studiert Deutsch. Max lernt Deutsch. Max lernt Deutsch. Du bist richtig. Du hast recht. Am Wochenende gehe ich in die Schweiz. Am Wochenende fahre ich in die Schweiz. Die Kinder singen gern leider. Die Kinder singen gern Lieder. Morgen mache ich in die Schweiz. Morgen mache ich viele Dinge. Ich habe viele Dinge in meiner Vergangenheit getan. Ich habe in meiner Vergangenheit viele Dinge getan. Was machst du dieses Wochenende? Was machst du dieses Wochenende? Sie bekommt 30 Jahre alt. Sie wird 30 Jahre alt. Ich bin kalt. Mir ist kalt. Ich bin in Marias Hause. Ich bin bei Marias. Nein, ich habe keine E-D. Ich bin in Marias. Ich bin bei Marias. Nein, ich habe keine Ahnung. Ich bin bei Marias. Ich bin bei Marias. Ich bin bei Marias. Es ist Spass. Es macht Spass. Wo bist du? Wer bist du? Sie heiratet in der Kirche. Sie heiratet in der Kirche. Sie wandern gern in die Bägen. Sie wandern gern in den Bägen. Er war heute in die Büro. Er war heute im Büro. Wir gehen in das Kino. Wir gehen in die Bägen. Wir gehen in die Bägen. Er vorbereitet das Essen. Er bereitet das Essen vor. Ich möchte geben niemals auf. Ich möchte niemals aufgeben. Ich werde dich sterben. Ich werde dich töten. Die high school. Die university. Die present. Die poison. Die sea. Die lake. The Chef The Boss Können Sie Deutsch sprechen? Können Sie Deutsch sprechen? Können Sie Deutsch sprechen? Untertitelung des ZDF, 2020